Orthopädie und Schuhtechnik Steinbrink – Ihre Füße sind es wert! Seit mehr als 110 Jahren widmet sich die Familie Steinbrink dem Schuhmacherhandwerk. Das Unternehmen wird mittlerweile in der vierten Generation geführt und bietet heute einen Service von klassischen Schuhmacherarbeiten bis hin zur orthopädischen Schuhtechnik. In unserem Ausbildungsbetrieb geben wir unser Know-how mit großer Wertschätzung für das Handwerk an die nächste Generation weiter. Besuchen Sie uns in einer unserer Werkstätten und lassen Sie sich zu passenden Einlagen, einer Maßschuhanfertigung, Schuhreparaturen oder bequem Schuhen beraten. Wir führen Fußscans durch, um eine optimale Einlagenversorgung zu gewährleisten. Zudem erstellen wir anhand unserer Fußdruckmessung und einer Bewegungsanalyse ein exaktes Belastungsbild von den Hüften bis zur Fußspitze. So sind wir in der Lage, Beschwerden durch falsche Belastung vorzubeugen oder zu versorgen. Außerdem nehmen wir uns gerne Zeit, Sie zu beraten, um für Sie passende Bandagen und Orthesen für mehr Schutz und Stabilität der Gelenke zu finden, damit ein größtmöglicher Therapieerfolg erzielt wird. Wir freuen uns auf Ihren Besuch! Der 144. Untertitelung des ZDF, 2020